Das waren die Appenzeller mit Volker Sesselmann und Urlaub in den Bergen. Und was macht man im Urlaub in den Bergen noch? Man jodelt. Und deshalb haben wir die Chefjodlerin unseres Landes heute zu uns hier eingeladen. Hannelore Kalin mit der Startnummer 2 und die Appenzeller Jodelpolker. Die Wirtin hier vom goldenen Lamm, die sucht nach einem Bräutigam. Jodelpolker. 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 Untertitelung des ZDF, 2020